so leute sind wir wieder und wir haben das rennen nicht gemacht weil wir erst mal die normalen mission machen wollen es sind keine autos vorhanden mein lieblings auto ist das was soll denn noch mal 11 gute frage nächsten fahrer die selbe man diesen kopf explodieren oder kopfweg explodiert von den typen und wir machen noch eine geister fahrsehen geht der erste tier um ohne rücksicht auf verluste mit kinder an bord heißt der verrückte wie ein produkte was mit den leuten mann die kommen doch auf dich zu machen ich blöde einfach auf sich zu heißt er wie ein frucht auf die zu wie so ein verrückter dort auch stehe auf mann was ist das jetzt so langsam ich habe es nicht mal geschafft noch elf zu fahren dann sollten sie das noch mal versuchen hallo hallo nein nein komm 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 jetzt kl kl komm 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 incl jer Oh! Ich bin nicht mit der Rede. Soll ich mit die Arschlöcher sprechen? Oh, ich bin nicht mit der Rede. Soll ich mit der Arschlöcher sprechen? Ich glaube der Wagen ist im Kampf, der geht nicht schneller. typisch dafür gibt man ein auto und dann gibt es gleich eine secke geradeaus ab das ist der schwarze ich dachte immer so schwarzer wäre irgendwie nicht gut wenn man das sagt oder so wird dann ja einmal so gesagt dass man nicht schwarzer sagen soll farbiger und jetzt lassen im fernsehen haben sie irgendwie gesagt so in nachrichten ja ein schwarzer hat zwei polizisten ermordet so kommt man zu frankln wieder so hey wo bin ich jetzt jetzt machst du hier dings sag mal schnell charaktere wechseln charakter wechseln also ich dachte es geht automatisch ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin fuck this shit immer noch mal ist das ein bändler und heute ja Du bist die Straße? Ja Der andere ist besser, aber den kannst du per Abfahrung machen. Ach du meinst den da? Den kannst du auch per Abfahrung machen. Willst du da hinfahren? Nach F? Ja genau. Was hat da gerade gepasst? Wieso hat der Typ nicht gerade gesagt, my car? Boah, der war tot. Was ist denn das für blauer Punkt? Boah, volles Blut an. Was ist denn das für blauer Punkt? 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 Was ist denn das für blauer Punkt?